Sie sind in der Pharmabranche unterwegs, das heißt Sie stellen Medikamente her oder verkaufen Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel. Dann ist unser MedConnect-Erweiterung des Supplier-Connect und Customer-Connect-Moduls vielleicht für Sie interessant. Damit verbinden Sie nämlich Ihre Sage 100 mit dem größten Arzneimittel-Großhandel Europas, nämlich mit der Phoenix-Gruppe. Die Phoenix-Gruppe ist ein Haus, ein Unternehmen, das es schon seit über 100 Jahren gibt. Entstanden ist es aus einem Zusammenschluss von mehreren Arzneimittel-Großhändlern und ist dann europaweit gewachsen, also in ganz Europa vertreten, mit mehreren Niederlassungen. Und Phoenix ist quasi der Standard für medizinische Produkte. Wenn Sie Phoenix beliefern wollen, also wenn Sie als Hersteller oder Importeur an Phoenix liefern wollen, dann kommen Sie irgendwann an den Punkt, wo Sie das elektronisch abwickeln wollen. Das heißt, wo Sie Ihre Bestellung elektronisch von Phoenix verarbeiten wollen. Und dafür haben wir unsere MedConnect-Software entwickelt. Das ist eine Erweiterung unseres Supplier-Connect- und Customer-Connect-Moduls, in dem Fall jetzt Customer-Connect. Das heißt, wir verbinden Sie mit dem Großhandel Phoenix, sodass Sie Bestellungen von Phoenix bekommen können. Und diese Bestellungen kommen in aller Regel dahinter von Apotheken. Phoenix hat ein großes Netzwerk an Apotheken und an medizinischem Fachhandel, die eben Bestellungen an Phoenix schicken. Und Phoenix leitet diese Bestellungen in vielen Fällen direkt an die Hersteller weiter. Das heißt, Sie beliefern dann direkt die Apotheke im Auftrag von Phoenix oder Sie beliefern eben Phoenix, wenn die auf Ihr eigenes Lager bei Ihnen bestellen. Diese Schnittstelle zu Phoenix funktioniert so, dass wir ein spezielles Datenformat unterstützen, das PH-Best-Format. Phoenix schickt Ihnen also Ihre Bestellung in diesem PH-Best-Format. Wir lesen die in die Sage 100 ein und dort wird diese Bestellung zunächst als Auftragsbestätigung angelegt. Sie können dann in der Auftragsbestätigung die Mengen korrigieren, wenn Sie Produkte nicht vorrätig haben. Und Sie können die Liefertermine aktualisieren und eine Auftragsbestätigung, eine Order-Response wieder an Phoenix zurückschicken. Und wenn Sie die Ware dann liefern, dann können Sie die je nach Bestellart eben an Phoenix liefern oder direkt an die Apotheke oder den medizinischen Handel und dann entsprechend dies an Phoenix wieder melden, indem Sie ein Lieferavis an Phoenix schicken. Phoenix sorgt dafür, dass das Lieferavis dann entsprechend bei dem ursprünglichen Besteller wieder ankommt. Also die Apotheke weiß, die Ware ist unterwegs und auch die Rechnung, die Sie dann an Phoenix schicken, wird entsprechend von Phoenix an Sie wiederum bezahlt. Ihr Vertragspartner ist also Phoenix. Der Endkunde, der bestellt, das kann durchaus auch ein medizinischer Fachhandel oder eben eine Apotheke sein. Aber die Anbindung erfolgt eben zwischen Ihnen und Phoenix. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen gerne in einer Demonstration. Ich stelle Ihnen unser Modul sehr gerne vor und dann können wir auch darüber sprechen, ob sich eine solche Anbindung für Sie lohnt. Denn natürlich ist ein gewisser Investor mit verbunden. Im Gegenzug steht natürlich eine enorme Zeitersparnis und ein Effizienzgewinn, wenn Sie mit dem größten Pharma-Händler Europas zusammenarbeiten möchten. In unserer Videobeschreibung finden Sie wie immer den Link zu unserem Terminplanungstool. Dort können Sie einen Termin vereinbaren. Dann stelle entweder ich oder ein Mitglied meines Teams Ihnen dieses Modul vor. Und wir können auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, sodass Sie wissen, ob sich die Investition in diese Schnittstelle für Sie lohnt. Ich freue mich auf unser Gespräch und wünsche Ihnen wie immer reiche Ernte. Bis bald, Ihr Ralf Ambruster.